Mit dem Soundtouch-System beweist Bose, wie gut sich Multiroom Audio anhören kann. Im Test sind die Soundtouch 10, die Soundtouch 20 und das Soundtouch Music System 4. Das System ist einfach erweiterbar. Mit zusätzlichen Geräten wird dieselbe Musik in jedem Raum oder unterschiedliche Musik in verschiedenen Räumen abgespielt. Die Kompakt HiFi Anlage Music System 4 bietet ein CD-Laufwerk, DAB Plus Radio und eine Weckfunktion. CDs werden einfach in den Schlitz geschoben. Auf Knopfdruck kann man digitale Radiosender hören. Bedient wird das Wave System mit einer Infrarot-Fernbedienung. Bei den Soundtouch-Geräten können sechs individuelle Presets eingerichtet werden. Die Einstellungen werden dann bei der Fernbedienung und den Lautsprechern automatisch übernommen. Für die Multiroom-Fähigkeiten sorgt eine Art Untersetzer, welcher zudem Spotify- und Internetradio fähig ist. Zusätzlich kann die heimische Musiksammlung aus dem Netzwerk abgespielt werden. Die Multiroom-Lautsprecher Soundtouch 10 und Soundtouch 20 bieten Bluetooth und Spotify, aber kein Airplay. Sie überzeugen sowohl akustisch, aber auch durchs Design. Eine günstige, aber gute Alternative zu anderen Aktivboxen. Alle Lautsprecher sind sowohl in schwarz und weiss erhältlich. Die Bedienung ist simpel und durchdacht. Gutes System mit sattem Klang, vor allem beim Wave-Modell. Gutes System mit sattem Klang, vor allem beim Wave-Modell. Gutes System mit sattem Klang, vor allem beim Wave-Modell. Untertitelung des ZDF, 2020